Ich rassier euch alle Du Götzwerden Du Götzwerden Du Götzwerden Du Götzwerden Du Götzwerden Ich rassier euch alle Du Götzwerden Hey Leute, hier ist wieder euer ChancesRaptor und zwar in einem Video, in dem ich euch zeige, wie ihr für die PC Version unendlich Geld bekommen könnt, den God Mode Glitch und eben super schnell sein könnt. Dafür braucht ihr ein kleines Mod Menü, was ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Es ist wirklich sehr leicht zum runterladen. Das Ganze geht bloß für GTA 5 Story Modus, nicht für Online, was ich aber auch sehr geil finde. Denn für die ganzen Leute, die die PC Version zocken und nicht die Konsolen Version ist es endlich mal in der Zeit, dass sie GTA 5 suchten können. Und dieser kleine Mod, der hilft euch eben dabei. Ihr könnt euch so viel Geld geben, wie ihr wollt, damit ihr alles ausprobieren könnt. Alle Flugzeuge, Pegasus-Fahrzeuge oder normalen Fahrzeuge einfach mal hochtunen, ausprobieren. Ist auf jeden Fall richtig geil. Ihr müsst nicht warten, bis ihr Geld habt und dann irgendwas aussuchen, was ihr kaufen müsst. Ihr könnt einfach mal alles ausprobieren. Wie ihr links oben sehen könnt, habt ihr eben dieses kleine Menü, in dem ihr euch noch Geld zufügen könnt, God Mode aktivieren könnt oder eben diesen Speed Effekt reinklatschen könnt, womit ihr dann super schnell seid, wie ihr schon im Video seht. Das Ganze geht wirklich ziemlich einfach. Und falls ihr Bock habt, einfach mal alles zu kaufen, was es nur zu kaufen gibt, dann kann ich euch das Ganze bloß empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ciao Leute und haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Chainservice Raptor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020